Hier ist Fred von Fettspielen und ich präsentiere euch den Stundenplan für die folgende Woche, die Kalenderwoche 13. Zwei Sachen. Erstens, ich präsentiere euch diesen Stundenplan schon am Sonntag, damit ihr jetzt schon wisst, was nächste Woche auf euch zukommt. Und zweitens, wie ihr seht, kommt nächste Woche einiges auf euch zu. Ich habe weder Kost noch Mühe gescheut, diesen Stundenplan so vollgepropelt, gepackt zu machen, wie es nur geht. Ich kann euch eins vorweg sagen, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, so viele Videos jede Woche zu produzieren, aber ich habe gesagt, einmal gebe ich mal alles, produziere so viel vor, wie es nur geht, nehme so viel Zeit, wie es geht und präsentiere euch einen Stundenplan, der sich gewaschen hat. Es gibt jeden Werktag eine SimCity-Folge. Es gibt auch montags bis freitags eine Good Game Empire-Folge. Ihr kriegt dreimal in der Woche Age of Empires, dreimal Warcraft 3, dreimal Rising Cities und auch immerhin zweimal Movie Star Planet und eine Doppelfolge Heroes in Generals. Zusätzlich werde ich immer noch zwei weitere Spiele Let's Playen und zwei Let's Tests machen. Ja, also mehr geht nicht. Das ist absolut die folgepackteste Woche, die es gibt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Nächste Woche gibt es ordentlich was auf die Augen, ordentlich was zu gucken und ich hoffe, ihr habt sehr, sehr viel Spaß mit diesen vielen Videos. Euer Fred von Fettspielen. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.